Hallo zusammen, hier ist die Rosa. Rudi ist einfach nicht mehr der Jüngste. Und heute, als er vor war, habe ich ihm ein Parkhörchen aufgestellt daheim. Das Thema ist, Floor ist Lava, der Boden ist Lava. Vielleicht habt ihr schon die Videos vom anderen Rakettchen gesehen. Aber für Rudi und euch habe ich etwas Einfaches gedacht. Baut ein cooles Parkhörchen auf und das Ziel ist, dass man nicht an den Boden kommt. Viel Spass! carpet equipartiere Standard Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war es gewesen von meinem Backkühl. Du darfst gerne daheim selber reinmachen. Wieso du in dieser Woche solltest du den Jonglierbäu füren nehmen? Schauen wir jetzt gleich im Fernsehen. Hallo zusammen. Nach dem Serie-Truppe letzten Wochen-Challenge ist jetzt der Jonglier dran. Jetzt zeigen wir Schritt für Schritt, wie das funktioniert.